Hi Leute, mein Name ist Luca und mein größter Traum im Leben ist es einmal selber YouTuber zu werden. Auf YouTube habe ich mir schon viele Sachen angeschaut, wie man am besten Videos hochlägt. Ich habe mir einen eigenen Kanal erstellt, auf diesem befindet ihr euch ja gerade. Ich habe diverse Einstellungen vorgenommen. Boah. Puh. So, jetzt brauche ich nur noch Videos. Was für eine Art von Videos soll ich machen? Ich kann ja nicht jede Art von Videos machen, das geht ja nicht. Was soll ich machen? Ich habe es. Musik Covers. Boah, das klang ja so richtig scheiße. Also Musik Covers auf keinen Fall. Ne. Denk nach, Luca. Denk nach. Was kann ich denn noch für Videos machen? Was machen so die großen YouTuber? Was machen die für Videos? YouTuber wie Concrafter, Paluten oder Kronk. Was machen die? Let's Blaze. Let's Blaze. Ja. Das mache ich. Let's Blaze. Das mache ich. Boah, Gaming geht auf keinen Fall. Nie wieder Let's Plays. Das kann ich schon mal ganz vergessen. Warte, ich werde es mit Kurzfilmen. Das macht mir Spaß, darauf habe ich Bock. Das kann ich. Kurzfilmen, das mache ich jetzt. Hi Leute, mein Name ist Luca und mein größter Traum im Leben ist es einmal selber YouTuber zu werden. Das hat voll gut geklopft. Ja, so Videos mache ich. Yo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr nichts mehr von meinen Videos. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und was ihr vielleicht in der nächsten Zeit mal sehen wollt. Ja, ihr habt es gesehen. Ich heiße Luca und bin neuer YouTube-Anfänger. Ja, das war jetzt mein erstes Video. Ich werde Kurzfilme machen. Also, wie ihr gesehen habt, kein Gaming oder Musikcovers. Ich werde Kurzfilme machen, wenn mir das halt sehr Spaß macht und ich die am Ende immer noch am coolsten finde. Also, wie gesagt, lasst ein Like da, schreibt ein Kommi und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.